Diesen Platz an der Sonne Kiel kann ich euch nicht versprechen. Aber was ich euch versprechen kann, ist ein Platz beim Abschiedsspiel am 16. Juli auf der Bank von der Nationalmannschaft und Bundesliga-Friends. Michael Roth und Martin Schwalb werden eure Trainer sein und ihr könnt denen mal die grüne Karte reichen, wenn sie mal wieder nicht dran denken. Also, bewerbt euch, seid kreativ, alles was mit meiner Trikotnummer zu tun hat, der 33, könnt ihr schicken, mailen, was auch immer. Seid kreativ und dann seid ihr mitten auf der Spielerbank am 16. Juli beim Abschiedsspiel. Mini sagt Servus und ihr seid dabei. Ciao!